hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die ja wir sind an einer kleinen stelle wie das letzte mal wo wir aufgehört haben und zwar wir haben mittlerweile eine stadt ein neues spiel stand mal wieder immer noch tag 1 11 uhr 35 wir haben uns hier oben in der apotheke niedergelassen wir werden hier dementsprechend ja uns hier niederlassen erst mal werden hier einen holzrahmen hochzimmern bzw kommen wir brauchen erstmal holz und zwar relativ viel wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier uns ja einrichten werden dann auf jeden fall aber auch looten gehen sehr sehr viele neue gebäude die wir hier haben und ich bin mal gespannt wir haben auch schon den einen oder anderen skill punkt die haben wir noch nicht wir müssen noch die holzrahmen fertigen aber haben gleich ein level up dann haben wir gleich die ersten skill punkte im sack dann können wir auch schon mal los killen und zwar skillung wird sich einiges ändern denn wir werden das ganze so machen müssen damit die skillung auf die keule angepasst das heißt ich werde weniger mit pfeil und bogen arbeiten hauptsächlich wahrscheinlich nur noch für tiere oder für ja für den ersten schuss beim zombie werde aber links dann auf die keule umschwenken was einfach viel sinnvoller ist mittlerweile als der bogen den bogen haben sie ein bisschen low level mäßig gemacht als er vorher war mit dem hat man echt momentan keinen spaß im spiel zumindest geht es mir so und von dem her werden wir erstmal hauptsächlich dann nehme ich mit dem ja mit der holzkeule arbeiten beziehungsweise dann später vielleicht auch eine bessere keule wir schauen mal was jetzt hier auch noch bauen werde und zwar haben wir einen aufgang wir werden nämlich die ja den pillen laden jetzt dann erstmal so weit verstärken damit wir auch dementsprechend zurecht kommen ich muss auch gleich meinen loot wieder einsammeln den ich unten geparkt habe wir werden uns nahrung suchen müssen also wir werden in der folge höchstwahrscheinlich soll das erste neue gebäude auch mit wobei definitiv und zwar wahrscheinlich erstmal den bürger laden gleich gegenüber ich hoffe nämlich wir brauchen ganz dringend einen kochtopf das wäre so ziemlich momentan das wichtigste zusätzlich zu am besten wären re aber ich glaube hier drin auch wenn wir im waldgebiet sind die stadt hier ob wir hier ein fleisch rankommen werden ist eine andere frage ich hoffe es ich weiß es allerdings nicht so wie gesagt wir werden uns jetzt hier dann dementsprechend erstmal aufgang bauen und zwar eins zwei und zwar ja komm hierhin und zwar ja gut so wie ich es immer gebaut habe letztendlich werden das ganze dann dementsprechend noch verstärken damit wir hier erstmal hochkommen so so und mal zeit wir brauchen auf jeden fall noch hier fünf stück die werden wir dann gleich aufwerten dann kriegen wir die ersten skill punkte zurück und mit der keule bin ich mittlerweile glaube ich ich bin echt gut unterwegs na gut der war jetzt absolut rein gar nichts aber auch ausdauer ist weg jetzt geht's gott sei dank so ich glaube der aufgang reicht mir auch erstmal werden hier schon mal aufwerten hinter mir müsste jetzt gleich noch ein zombie sein dann kriege ich ja okay damit kommen wir klar wir werden jetzt erstmal die drei arme auf damit wir unsere ersten skill punkte kriegen können dann nämlich schon mal ein bisschen mehr in damage investieren mit der keule und dann sollte es okay dazu und das mit dem zombie spawnen hat sie mittlerweile auch erledigt wieso spawnt jetzt da einer den werden erstmal mit pfeil und bogen anschießen weil das gibt halt einfach zweimal schaden das lohnt sich ja und die feral zombies hat sich gott sei dank momentan auch wieder eingestellt das ist schon mal sehr schön aber wir werden erstmal jetzt den bürger laden in hoflos da kein feral zombies also diese bäckerei werde ich meiden extrem meiden wenn einer nicht weiß wovon ich rede schaut einfach mal die letzte folge an beziehungsweise auch die erste folge kann ich nur empfehlen da ist dann zu sehen was ich damit was ich damit meine da war nämlich der erste zombie die ich überhaupt angeditscht habe war nämlich gleich mal ein feral zombie was nicht schön war so hier dann muss hier dementsprechend das ding hier noch weg damit wir hoch springen können und dann müsste das glaube ich aber schon reichen so hier haben wir bereits unsere kiste einmal alles rein wie soll ich noch eine steinachs keine ahnung ja wahrscheinlich auch zehnmal wieder gefertigt kommt öfters vor leider damit man auch zu sehen irgendwas anfertigt so bingo funktioniert so wie gesagt bürger laden wird jetzt erstmal das erste sein was wir looten beziehungsweise ach scheiße das lagerfeuer wollte ich noch platzieren damit wir die questreihe abgeschlossen haben und unsere ersten skill punkte kriegen und ja insgesamt da ist gut ein bisschen insgesamt ein bisschen mehr ruhe glaube ich ins boot bringen ist auch gar nicht so verkehrt geil richtig richtig geilen kochtopf das lohnt sich mega ich werde auch mal den 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 block hier dementsprechend hier reinsetzen ich weiß nicht ob er wirklich was bringt und uns die zombies abhält aber es wäre auf jeden fall schön wenn es denn so wäre so kochtopf rein sehr schön dann haben wir schon das erste die ersten probleme wieder gelöst das funktioniert ja super ich bin von dem spielstand begeistert ich hoffe dass es so bleibt und wir nicht wieder von vorne anfangen müssen bis jetzt aber mega geil wir haben eine stadt wir sind im waldnion und wir haben bereits einen kochtopf okay da drin ist der erste zombie aufgewacht ernsthaft ernsthaft wir gehen hier auch 300 euro kommen dann können wir auch hier rein das sind 75 mehr die ich weg kloppen muss gehen wir haben den ersten zombie da drin ja wir werden jetzt erstmal hier draufhauen müssen beziehungsweise reparieren wir erstmal die keule bitteschön okay die werden versuchen rauszukommen das wird allerdings bei denen okay und er lebt noch was ist das was treiben die ist das ist aber jetzt bitte nicht schon irgendwie eine wanderhorde oder sowas in der richtung also ich hoffe ja wohl nicht jetzt werden wir sehen einfach übertrieben soll er wird wieder aufstehen er steht nicht mehr auf was war das krass die haben auf jeden fall das auto gesprengt das hat die aber nicht wirklich interessiert dingo und wir gehen dann hier rein da ist der weg kürzer die frage ist halt die auto explosion hat jetzt den 100 zombie auf den plan gerufen die frage ist halt wo aber ich bin momentan unentdeckt so viel zu so viel zu thema unentdeckt wo kam die denn her okay das war's die muss doch auch gespawnt sein oder war die hier ich will nur looten okay ich hoffe dass wir hier was finden und zwar nahrungsmittel oh sehr schön da war schon das erste nahrungsmittel nahrungsmittel ist momentan glaube ich so es kam mir zuvor ist das schwierigste das dauert jahre okay das dauert ewig bis wir da drin sind aber es hilft leider alles nichts ausdauer haben wir auch nicht mehr allzu viel man kann mittlerweile übrigens food poison fünf prozent lebensverlöfung kann man selbst von dem zeug hier bekommen ich glaube wir können es aber schon mal rein ziehen oder oh ja wasser brauchen wir vor allem auch ganz dringend nur benutzt es mal in der hoffnung dass wir keine lebensmittelvergiftung bekommen ist sehr schön das dauert ewig bis hier da drin bin okay es hilft alles nichts ich muss da rein ich will jetzt erstmal das gebäude vergelooten alter das ist halt doppelt verstärkt schön wenn da jetzt ein zombie ja es lohnt sich aber da ist eine küche drin da hinten ist nur einer ich hoffe dass wir auch noch irgendwo wasser in der nähe haben wir müssen nämlich auch ganz dringend dann dementsprechend auffüllen oh sehr nice drei schläge nur das freut mich allerdings bin ich da vielleicht da bin ich doch schneller wenn ich durch die tür gehe oder mit 300 ja da bin ich tatsächlich schneller wenn ich durch die tür gehe wie wenn ich da nicht durch die drei lagen holz arbeite wir gehen durch die tür rein hier ist auch übrigens genug leder allerdings leder ist momentan gar nicht so wichtig da wir die schmiede erst mit stufe alter wie schnell ist der denn da wir die schmiede erst mit stufe 20 bauen können ist es relativ egal im moment na komm es ist ein großer aber selbst die großen kriegen der blatt mit der keule bin ich mittlerweile echt nicht so verkehrt unterwegs das war früher war das ganz anders jetzt haben wir keine ausdauer mehr ich nehme übrigens immer erst die powerschläge bis ich keine ausdauer mehr habe dann die wirklich einiges mehr bringen also da kriegt im zombie viel schneller dauert als mit den normalen schlägen und selbst da gehen wir aber gerade die ausdauer so ein bisschen flöten okay wir warten mal ganz kurz moment also das wichtigste ist echt momentan die ausdauer in dem game geworden es war schon immer wichtig man hat sehr viel gebraucht aber jetzt ist es halt noch mal um einiges wichtiger wir investieren schon mal den ersten skillpunkt glaube ich auch und zwar in am besten irgendwas was uns den schaden schon mal erhöht und zwar hat der mit 25 prozent wenn wir den kopf treffen das nehmen wir mal zuerst das sollte jetzt dann die richtige skillung für mich sein damit wir die zombies seitdem entsprechend viel schneller da und kriegen ach scheiße das war eine toilette und die küche müssen wir trotzdem aufmachen aber verbände sehr schön und eine ranch ich liebe dieses spielstand ich liebe ihn es läuft richtig richtig gut kommen noch ein bisschen drüber alter und eine pistol eine scheiß pistol aber die erste pistol beim letzten spiel stand aber nicht mal ansatzweise sowas geiles wie cool ist das denn ich liebe dieses spielstand ich hoffe dass er das uns lange halten bleibt nice richtig richtig nice die piste ist echt gut dass wir die gleich haben ja ich muss mich jedoch hier durch arbeiten leider gottes und wir sollten vielleicht gleich mal was in pack esel reinpacken ganz wichtig ich habe schon meine erste folge erklärt damit wir ein bisschen mehr tragen können denn gerade das überladen sein ist wirklich mittlerweile so dass es extrem schlimm ist für den charakter also für uns denn man ist da wirklich ja extrem gehandicapt es kostet extrem viel nahrung und extrem viel wasser wenn man überladen durch die gegend rennt vor allen auch wenn man mal durch die gegend läuft verbraucht man viel mehr viel mehr wasser und viel mehr nahrung als im normalfall und das ist extrem schlimm aber geil wir haben eine 1er also in der ranch 1er gut das ist alles mittlerweile 1er aber wir haben eine ranch und wir haben eine pistel die pistel wäre für die feral zombies wäre schon mal genial gewesen wenn ich die hätte aber ich bin erstmal zufrieden so wie es läuft ehrlich gesagt das reicht mir schon mal wir haben auch drei krüge wir müssen nur schauen dass wir irgendwo wasser finden noch habe ich kein wasser gesehen aber wir werden vielleicht irgendwo welches sehen das ist noch das einzige aber wir haben erst mal sechs grübes wasser und wir haben einen kochtopf das heißt wir können uns schon mal wasser herstellen wir werden schon mal nicht verhungern den safe aufmachen ist übrigens momentan völlig sinnfrei solange ich nicht mehr schaden machen bei meiner axt brauche ich dazu eine halbe stunde ich brauche ja schon für diese normalen holzbretter eine halbe stunde das macht wirklich erst sinn wenn man dementsprechend den skill hat dafür vorher braucht man safe gar nicht mehr angucken aber gut zu wissen dass hier zwei stück drin sind benutzen weis hält uns auch erst mal über wasser vor allem kriegen wir dadurch halt auch wieder ausdauer zurück da ist noch eine food kiste die machen auf jeden fall auch noch auf cool es läuft richtig es läuft mega geil so out of stamina ja ich weiß komm ein schlag den kriegst du noch hin eine kartoffel eine bringt nicht wirklich viel aber okay besser als nichts da komme ich nicht ran schade aber das könnte ob es wirklich eine kiste ist die man looten kann oder nicht ist auch erst mal fraglich so wir gehen erst mal zurück looten hier noch was geht werden jetzt dann gleich mal den loot weg bringen die wir jetzt eingesammelt haben halt da waren wir schon dran die autos sind leider alle das sind tatsächlich alle schrott schade okay wir müssen die treppe noch weg und das würde ich mir allerdings eher für sagen was ist das aber okay da ist nichts das einzige was mir was mir momentan eigentlich noch fehlt das bisschen fleisch sonst bin ich extrem wirklich extrem zufrieden mit dem lud die sieben gläser kommen die packen uns mal unten rein die behalten wir erstmal die rahmen können hier rein die brauchen wir erstmal nicht was lud mal als nächstes das ist das ist ein kriecher zorn wieder sagt aus wie wenn da ein wolf wäre ich habe noch so eine kleine vorbieter vor wölfen aber alles andere passt glaube ich erst mal so weit also ich bin ja wir brauchen was zu trinken wir trinken schnell mal was vor allem damit wir auch uns dementsprechend wieder regenerieren können und hier nicht drauf gehen sollten aber es läuft mega geil ach scheiße das trinken habe ich noch im alten im ersten gebäude bzw wo hatte ich mein erstes ich habe alzheimer wir haben uns in einem gebäude in dem pillenladen und drin habe ich das wasser reingelegt glaube ich hier unten haben wir den lud rein ja bingo nutzen guten hochgehen gut abgeben wasser hammer das soll uns jetzt erstmal frischen halt messer nehmen auf jeden fall auch mit der restliche schrott kann weg verband sollte man jetzt auch immer mitnehmen fackel lassen wir dafür mal da verwandt ist wirklich auch sehr wichtig ist doch aber jetzt ist es weg das trinken mittlerweile also es ist auch es ist mittlerweile auch so da wird es auch gut drin geben wir looten mal normales gebäude erstmal noch wir geben uns erstmal mit den kleinen gebäuden zufrieden dann später die größeren gebäude ich habe auch noch skill punkte vergehen kann das weiß ich durchaus das werden wir allerdings auch erst nachts machen da nachts relativ unspannend ist da ich nicht rausgehen möchte da ich glaube ich nicht lange überleben werde weil die zum ist natürlich extrem hart tatsächlich ist ein griechender es hängt gerade wieder ein kleines bisschen aber ich glaube sie haben auch mit dem letzten es kam es wieder ein patch raus mit ich glaube 1,5 gigabyte oder sowas in dem dreh und ich glaube sie haben es wirklich geschafft die zombiemenge ein bisschen runter zu drehen was den respawn angeht der zombies das ist ja laut er ist echt laut und zwar es war ja am anfang so dass da zehn zombies um mich rum standen und ich mir gedacht habe okay what the hell bisschen übertrieben viele das sieht mich nicht ich hätte mir ruhig bei der tür helfen können malzeit so wir nehmen erst mal das gebäude auseinander in dem gebäude selbst drin ist noch relativ viel zombie ist aber durchaus trotzdem okay so wie es ist oder wie es verteilt ist das ganze ist jetzt nicht kleiner hänger ist jetzt nicht so besonders schlimm ausdauer ist leider weg aber die haben glaube ich die menge ein bisschen angepasst was außerhalb was außerhalb der gebäude rum was ich ganz gut finde weil es war wirklich ich übertrieben fiel vielleicht treffen wir ihn heute auch noch mal da liegen auch welche aber da gibt es so wenig loot in dem ding das lohnt sich einfach nicht so wir schauen mal da ist noch einer ein kriecher da muss man aufpassen die hauen ein sehr schön ein pfeil und einschlag so muss das laufen so gefängnis bringt uns nichts auch mal nichts was haben wir hier drin ein bisschen eisen das war es leider schon also technisch eine voll katastrophe das gebäude okay zum nächsten ja komm wir nehmen das hier noch auseinander das kleine ich hoffe dass da kein hund ist das müsste auch wieder ein piln laden sein höchstwahrscheinlich da ist einiges los und bitte kein fernl der war relativ schnell unterwegs gerade das ist auch eine coole taktik ich komme an sie ran sie aber nicht an mich so kann ich ja auch arbeiten muss ein bisschen auf meine ausdauer aufpassen bis sie die tür auf haben dauert den ganzen moment wobei die sind relativ zügig sehr schön nächster und ein krieger ist da noch das ist eine coole taktik das sollte ich mir merken auf jeden fall das ist eigentlich ganz cool zumindest wenn die tür relativ verstärkt ist das ist echt nicht ohne so immer schön auf dem kopf das gibt nämlich 25 prozent mehr dämmen chance unserer skillung so ausdauer brauchen wir trotzdem noch da muss ich aufpassen da weiß ich ehrlich gesagt nicht wie die ranch bei dem hier ist sehr nice es läuft super es läuft echt super ich bin es gar nicht mehr gewohnt dass es so gut läuft aber alles okay okay du technisch auch eher flau also nachdem es mittlerweile hat die schränke nicht mehr alle lootbar sind sondern auch wirklich teilweise diese offenen schränke drin sind die halt dann kein loot mehr geben ist es echt schwieriger geworden an loot ranzukommen auch ich darf mich jetzt echt nicht beschweren wir haben eine geile location wir haben bis wir haben die ranch ich muss meine kolle reparieren sehe ich gerade repair und die ax kann auch gleich reparieren es läuft an und für sich mega geil im moment wir sind relativ gut was das leben angeht wir sind gut was die ausdauer angeht das einzige was mir fehlt ist wirklich noch fleisch und wir haben den ersten schulbus die ersten neuen autos sind da ja endlich und ich glaube ich kann so langsam was hier wir spielen nach wie vor übrigens auch für schwierigkeitsgrad krieger also ich habe jetzt nichts geändert blood moon count ist auch noch gesetzt auf ich glaube zwölf oder sowas ein food laden wir gehen aber glaube ich mal schauen erstmal was hier ist ein greggories oder ein georgies wie auch immer mini schulbus und ein pillen laden noch mal und noch ein food laden also die stadt ist auch geil wo wir sind die stadt ist auch richtig geil was das hier ist weiß ich nicht neues gebäude ich kann es gar nicht richtig lesen irgendwas ist special wir nehmen die ja mal auf jeden fall noch auseinander also das mit den zombies die hier rändler umeiern es geht mittlerweile auch also im moment läuft super wirklich wirklich super ich hoffe das bleibt auch so ja wir looten mal was tut man denn ja komm wir nehmen die beiden hier jetzt auch sondern erstmal das kleine das größere da dürfen auch wieder einige zombies drin sein oh ein hawaihemd zombie hat zeit aber relativ schnell durch die tür sein bist du wahnsinnig die art einschlage pro ok 1 2 3 4 ok ich habe das spiel gerade gelobt wegen den zombies und allen drum und dran vier hawaihemd zombies oder touristen zombies oder wie auch immer man die bezeichnen müsste ist ein bisschen übertrieben ist ein bisschen over aber ok der ferrits von mir am anfang war auch ein bisschen over aber ernsthaft ich meine es gibt jetzt auf ja gut wenn ich hier weitermachen muss ich dementsprechend halt die zog ist umnieten der einer nach dem anderen würde ich sagen erstmal den hier ich werde aber alle irgendwie anditschen müssen glaube ich den ersten hammer einer vier von denen halt das ist schon ich kann zumindest das ist schön dass die alles schön hintereinander laufen sie ist schon tot sehr schön ausdauerhammer nächster er steht noch mal auf oder er steht noch mal auf ich glaube ich muss echt mehr mit der keule arbeiten da bin ich um einiges besser auch wenn jetzt meine ausdauer gerade schon wieder weg ist wichtig ist auch die pfeile wieder einzusammeln aber die beiden hier schön auf dem boden liegen das ist eigentlich ganz okay ja man es wird mir gerade nicht langweilig zu tun das also das kann man wohl festhalten jeder ist auch hin nächster ah schade zwar um powerschlag wenn die powerschläger daneben gehen das tut in der seele echt weh die kosten extrem viel ausdauer nächster aber das mit dem headshot 25% mehr schaden beim headshot das bringt es ordentlich aber das ist echt das kann ich empfehlen ich glaube nicht dass die sonst so schnell tot werden wie es momentan der fall ist so auch hin sehr schön pfeile wieder einsammeln ganz wichtig oh es hängt ein bisschen ab und zu hast du diese hänger drin aber es geht eigentlich noch gut jetzt will ich mir aber auch meine belohnung abholen wahrscheinlich ist da jetzt gar kein loot drin oder na ok ein leeres bücherregal und ein leerer schrank und ein medizinschrank super mit spiritus da wäre mir wasser lieber ehrlich gesagt ok naja was müssen wir machen hinten dran müsste noch ein fass sein ja fass mit benzin das war es allerdings auch die kamen glaube ich von oben sogar von dem gebäude haben wir noch die zeit ne haben wir leider nicht äh ja das war es dann für die folge ähm wir sind in einer mega geilen Stadt gelandet es läuft momentan echt gut äh ich hoffe dass ich hier auch dementsprechend mal den spielstand über mehrere tage machen kann mein maximal das äh spielstand den ich bis jetzt hatte äh war an tag 2 ich hoffe dass ich es mal länger ziehen kann damit der spielstand hält und momentan sieht alles danach aus mit der zombie spawn bin ich sehr zufrieden vor allem es sind auch äh relativ wenig hier in der Stadt selbst unterwegs das heißt ich komme auch zum looten und allem drum und dran ich hoffe ihr hattet Spaß an der Folge es bleibt auf jeden Fall wir werden hier so noch viel looten können ich hoffe euch gefällt das Ganze ich freue mich schon mega hier die ganze Stadt auseinander zu nehmen ich hoffe dass der spielstand so bleibt wie es ist und nicht wieder von vorne anfangen muss sondern dass es diesmal wirklich so bleibt und ja vielen lieben Dank fürs Zusehen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht's gut